Guten Tag, ich heiße Ena, nicht Greta, Ena. Ich bin zehn Jahre alt. Ich male gern und ich tanze gern. Aber ich bin auch umweltbewusst. Ich rezipriere, ich werfe den Null in die Tonne, ich spare Wasser und Energie, ich pflanze und ich spare Papier. Die Aufgabe ist in Teams. Ich habe eine Glasflasche und eine Stofftasche. Sei wie Ena und mach mit. Kleine Schritte für das selbe.